Hallo, ich habe heute meinen YouTube-Kanal seit 191 Tagen und habe jetzt 191 Abonnenten. Und da wollte ich einfach mal Danke sagen. Danke für die ganzen Abonnenten, die Aufrufe, für Daumen hoch und Kommentare. Und bei 400 gibt es wieder entsprechendes mehr Schwächen. Also, Lisa bedankt sich und dann Tschüss und bis bald. Jetzt hatte ich das T-Shirt vergessen, aber das drehe ich jetzt nicht nochmal.